Zurück zu mehr Lebensqualität. Zurück zu der Zuversicht, die ich am Verlieren war. Und zu Momenten, in denen ich wieder Bewegungsfreude spüre. Zurück in ein familiäres Umfeld, dorthin, wo ich mich wohlfühle. Zurück zum Genießen, weil ich wieder Appetit habe. Zurück zu einem starken Herzen. Und zu einer befreiten Atmung. Zu mehr Lebensfreude. Und zu den wirklich schönen Dingen des Lebens. Zurück zu meinem Alltag ohne Pflege. Damit ich wieder ich bin. Zurück zur Gesundheit. Klinik Schlossmermann. Führende Rehabilitation am See.